Aufpassen Ach, verdammt, sollen wir alle wieder verlieren hier? So Alle warten hier auch in Position Können wir uns selber noch heilen, so Ach, kriegen wir mal hin hier So Dann drücken wir da hin Gucken wir mal Feuer dran Ja, muss ich jetzt leider wieder entkommen lassen, ne? Wie dämlich ist das eigentlich? Ist er denn wieder weg? Die kriegen ihn noch Er kann sich nicht ewig festdecken So Ähm Ach, woher brauche ich denn eigentlich? Kann ich nicht auch Dingens nehmen? Na egal So Ich lasse er wieder alle verlieren Ja, dann findest er wieder Ich hoffe ja irgendwo mal hin, wo wir auch mit Irina was machen können, aber Und die geht wieder dahin, direkt daneben, ne? Scheiß Vieh, echt Ich kann leider nicht dahin hießen Ich kann leider nicht dahin hießen Das geht leider nicht Ähm So So So, ich hoffe, der kommt ja schneller dran So, ich hoffe, der kommt ja schneller dran Da mit Ähm Da such's mir wohl, der ist eigentlich noch nicht Aber Kriegt auch noch ein Upgrade Und Verpasst Ah, reinsteht daneben, ey Scheiße Ach Gott, hör auf Ich muss hier mit Ich muss hier mit allen Vieren da ankommen Ich muss hier mit allen Vieren da ankommen Aber Ist der immer da hin Der ist immer da hin Äh Aber das kann ich mal auch Hä Jetzt kriegen wir ihn Jetzt kriegen wir ihn Jetzt kriegen wir ihn Hat er sich ausgespukt hier Das Video auch grad mit Mit mir angekommen Ja, wie immer Wie es halt so ist So Komm her nochmal heilen Jetzt kann man ihn endlich platt machen So, den wir ihn da vor Und dann In seinem toten Auge blicken kann So Jetzt geht da Jetzt geht das drauf Endlich So Jawoll Das war ein schwerer Geburt Mit Lob Natürlich unnötiger Tod Klare Sache Ah, naja Ist halt so Gelaufen wie es gelaufen ist Aber ich hab mal hingekriegt Endlich trotzdem Alle erledigt So, wer muss jetzt Gelevelt werden Zwei Leute Ähm Die Aussie Marie Ne Levatt erstmal Gut Äh Dann fangen wir eben alle ein Haben wir endlich verdient Das war auch ne schwere Sache hier Ha Das war doch ne schwere Aktion Oh nein Vor allem der hat eine volle Nerven gekostet Der letzte hier So Alle weg Lohnt sich hier, ha So Die brauchen wir auch noch Nichts machen Die können Brauchen wir auch nix machen Ist bei ihm schon vorbei Ohja Ah Und schnappen Und schnappen Ach Das war echt Nicht einfach Wir haben ja diesen einig Nicht erhalten Diesen Garuda Da war ein bisschen Ja Ein bisschen Pech dabei Wie immer Soll so ist Ja Na ja Wird die Welt nicht untergehen Hoffentlich Die Welt ist von denen Ähm wieder alles auf einmal erledigt So Jetzt darf man mir auch wieder Ja Ein paar von dem mal fangen her Dann haben wir da Die Sonne von Sator haben Komplett Aber weiß ich nicht Die würde angefangen haben damals Komm auch nur wenige vor So Ja Fast schon Ähm Ja Kann sich nochmal den schnappen Ohja So Irgendwie unseren verdienten Lohn abholen Die haben wir wirklich mal gebraucht Ziffer lockt Und has to capture Ja Endlich Das Sieht so viel besser aus So Wie man hier Ne nur noch der eine Ne Nur der Ne Zwei sind wir noch Na gut So Dann fangen Fangen wir wieder ein Nimm hier ein Und dann Ist es vorbei Genau Genau Ach 98 81 Ja Also wir können langweil noch Himmel geben haben wir noch da haben wir alle die so verfangen gibt von den boss der geist der war jetzt einfach zu kriegen als seinerzeit dumm schade wir haben ja auch getötet ja aber das ging jetzt einfach der doch kein aura kann sein so hat das jetzt nur getäuscht so ist ja klar lohnt sich 107 hat er wieder mehr fangpunkte wir können gehen wir warten wir noch ab eine runde weil die noch erfahrung sammeln kann glaube ich ja ja hat noch vorher so das sind die letzten okay jetzt kommt mir wieder an und die hof hängt jetzt ja gleich ja war und levert die beiden schnappen lassen dann haben wir ihn dann haben wir den fetten boss geknackt haben wir sie alle gekriegt glaube ich ja so gut feint penumbra has been captured das freut mich oh impossible ah i can feel both of the magic disappeared from here die imagine leaves this body forever ja jetzt aber ja der war leider getötet blöd ärgerlich you saved alice wir haben alice who the fuck is alice ja genau jetzt bist du gerade wieder der alte ich glaube der freck gerade auch machen die beider zusammen um braun pinumbra ja der tod ist eines der todes anderen weil ich der spieler bin deswegen ja wie sie waren die kursche die brocken jub los kaum noch nicht wo er sei gestorben im kampf so ist das los ja hat das immer mal k.o. gehauen Ich denke schon, das wäre jetzt zu blöd, ja genau, wenn er jetzt weg ist, ist Logan auch tot, sicher, naja, wenn er auch tot ist, was? Oh nein, ist er? Es gibt nichts mehr zu beschäftigen. Hä? W-was? Da ist er doch! Schlechte Nachrichten, ja, aber seine Panik ist so umarm. Ja, super! Meine Freunde, ich... ich möchte euch allen... für alles. Mach mal da unter Freunden so... Wir sind einfach froh, dass du sicher bist, Herr Logue! Genau! Es war nicht einfach, aber es war wert, richtig, Boss? Was? Ja, er war mal am weinen, aber ja, denke ich mir schon. Es war auch wirklich einfach, aber es hat sich ja doch gelohnt, tatsächlich, ja. Danke, mein Freund. Das ist wirklich... wie passend. Das ist nicht notwendig. Wir haben ihn nicht kämpft, du hast ihn. Jetzt... ich kann endlich den Kommanderer Titel verlinken, zu seinem rechtlichen Chef. Ach... Ich glaube, er hat sich ja... jetzt hat er sich doch endgültig würdig erwiesen als Kommandeur, oder? Der richtige Mann hat es bereits. Genau! Ach... Was bist du? Ich bin endlich frei. Keine Überraschung. Keine Überraschung. Keine Überraschung. Keine Überraschung. Keine Überraschung. Ja, keine Verantwortung zu übernehmen. Ja, auch nicht schlecht. Stimmt auch. Ich verstehe. Ja. Aber wenn du wirklich willst, mich in der Nacht zu bleiben, dann solltest du wissen, dass ich dich nicht leichter gehen werde, Soldat. Oho. Keine Überraschung. Keine Überraschung. Oder werden die Leute anfangen, mich zu übernehmen. Hahaha, ja. Das will aber auch noch nicht. Also... Vorsichtig angehen! Haha, das wäre nichts neu. Hey! Warum bist du? Na, sind wir bereit, unsere Mission zu beenden? Ja, ich denke, jetzt können wir... Ist ja nicht mehr so viel, was noch vor uns kommt. Ja, genau. Ja, genau. Du bist der Boss. Ach, wir haben es geschafft. Logan, kann ich dich für einen Moment sprechen? Es ist über Levat. Na, oder nicht? Ach, nein. Hm. Mysteriös. Na ja, möglich wäre es. Ich meine, die suchen ja das Eternal Poison, ne? Wissen die ja auch was davon. Also, scheint ein bisschen mehr zu wissen. Als wir. Also, als Olyphant. Wir wissen ja mehr. Glaube ich. Wenn ihr zumindest die... Erste Geschichte auch gesehen habt, dann wisst ihr auch mehr. Ja, ich denke mal, dass sie das tun. Hm. Hm. We might explain why he's opposed to sending groups into this place to investigate. Aha. Er vermute jetzt, dass Bessec vom Papst gerufen wurde, so sinngemäß. Also, dass es aufgetaucht ist, was er es wollte. Aha. Das kann sein. Yep. Aha. Ach so. Aha. Okay. Interessant zu wissen. Ist es möglich, dass sie hier herkommt, um die Eternal Poison zu finden, bevor die Kirche zu tun hat? Ne, das habe ich wohl wahrscheinlich. Weil, die kann doch eigentlich alleine doch gar nicht so weit kommen. Geht doch gar nicht. Geht eigentlich gar nicht. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube. Ich habe keine Beweise, um meine Theorie zu retten. Aber ich habe nicht gesehen, dass es falsch ist. Nein. Wie schon. Ja. Durch andere Dialoge auch. So wie im Laufe der Geschichte. Oder auch durch Sage. So was jetzt? Wenn wir die Prinzessin retten, ich bin sicher, dass wir die Wahrheit finden. Ja, das sicherlich. Nein. Ganz älter. Sag ich sag. Nicht ganz fit, aber ey. Das darf man schon. Ja. Vielleicht wird der jetzt ein bisschen stärker. Glaube ich aber nicht. Weil das ja leider alles keinen Einfluss hat irgendwie auf das Spiel selbst. Das finde ich ein bisschen schade. Aber bei Vertica genau dasselbe. Den konnte man normal spielen. Ja. Wie einen normalen Charakter. Äh. Passte teilweise auch gar nichts wirklich rein. Ja. Da währenddessen noch ein Kampf mit Umbra. Wäre interessant gewesen, wenn er manchmal bei Kämpfen rausfällt. Einfach. Und dann nichts machen kann. Oder halt wie gesagt einfach dann rausfällt. Und man nicht gar nicht auswählen könnte. Wäre sinnvoller glaube ich auch im Fall von. Also auch im Fall von Vertica. Ähm. Weil. Ja. Es wird auch ein bisschen die Taktik auch entsprechend verändern. Die man halt braucht. Um Gegner zu erledigen. Gut. Jetzt haben wir ihn sowieso verloren. Aber. Ähm. Naja. Mich zu dieser Meinung. So. Schauen wir mal mit ihm hier. Well Commander. Have you found your Prinzess yet? Good. You look better than usual. Perhaps I dare say happy even. It is the good that you have found something to be happy about. But remember. Your real mission is to save Princess Inaz. It may be a bit early to start the grand celebration. Yeah. It is. Kuna. We are small and not much help. But we do our best. Full speed ahead. Full speed ahead. Yeah. Hey. You got a minute. Try not to take this personally. Okay. I heard this rumor. Apparently your friend Marie has known she went for years. Of course. She even been with the Reef tribe for the past century. So as close as they are. I am sure not even young Marie knows all her secrets. Aha. Yeah. What is it just saying? Maybe we can't. Maybe we can't. Also the. Wahrsagerin. Hmm. How's a long face? Why's a long face? Well you know I should never show weakness. With all due respect Sir. If you are not feeling well. You should eat alot to recover your strength. Natulich. Wom da. Wom da. Wom da. Von we is not. Wom da. Wom we canna völlig. Wom da. Wom that. Wom da. Wom idea. Wom II can't fight when you are hungry. Ja. Hey. Ja, der hat auch seine Geheimnisse, aber werden wir auch noch nicht erfahren, wie es aussieht. Ja, ich weiß es nicht. Oh. Oh, hello there. Ja. Ja. Ja, danke, aber ich glaube, da passiert nichts Neues. Zumindest nicht da vorne. Ne, ne, gibt's nicht, gibt's nicht, aber hätte ich mir auch denken können, aber egal. Ja, wenn wir irgendwann mal was machen können, vielleicht. Ähm, ja, hier Schieben ist nicht da, der Butler ist auch nicht da. Ich weiß, wir können mal ins Torrietta Haus gehen. Ein paar Märchen opfern. Machen wir mal hier. Ähm, welche einschreiben, ne? Ne, warte mal, die können wir mal... Eins können wir davon verkaufen. Merken wir dann. Aha, unskills. Gucken, ob die nicht schreien können, diese fetten Viecher. Die sind ja richtig groß. Aber eben fragen, was passiert, wenn wir so ein Boss mal empfangen. In dem Kessel. Halt noch nie gemacht. Hm, hab dann mal ne Idee, das mal zu machen. So am Schluss. Weil wir dann eh... alle nicht mehr haben. Alle Märchen. Ja, gucken, ob die schreien können, diese Viecher her. Der zuckt noch. Aber helfen tut ihm nicht. Eigentlich ein bisschen auch viel zu groß sein, diese Bosse. Das äh... Na... Äh, hätte auch... Er hätte mir ja was Perkes von da versprochen. Dass der ein bisschen mehr... Dass der ein bisschen mehr Opfer... Äh, bisschen mehr... Laut ist. Ja. Dass ihn lauter ist, besser gesagt. Aber leider ist das nicht gewesen. Magus Wall. Haben wir das nicht sowas schon? Na egal.